Hallo Star Alarm. Hallo Thomas Dolina. Ich bin jetzt zu Hause angekommen. Wien war wundervoll, wunderschön. Ich freue mich riesig, dass ich hier so da sein durfte bei euch meine Single vorstellen konnte. Ich habe mir eine riesen Ehe und ich hoffe bald wieder zu kommen. Vielen Dank nochmal an Thomas. Man war super, vor allem, dass man auch in der Studio gezeigt hat und so weiter. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich lasse auf jeden Fall von mir hören und mach weiter so mit dem Magazin. Das ist echt toll und ich bin super. Bis dann.